Servus ihr Light, ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Diesmal kommen wir zu einem weiteren Lied von der Band Shrine of Malice. Und zwar hören wir uns das Lied Chainbreaker. Für die, die die Band noch nicht kennen, die ist, Moment, lass mich mal kurz überlegen, 2016 gegründet worden, kommt aus den USA und machen Deathcore, beziehungsweise Black Deathcore machen die. Dürft eigentlich jeden, der in der Szene sich so ein bisschen auskennt, der Begriffs sind, ich höre sie verdammt gern. Ja, desto mehr freue ich mich ein bisschen auf das Lied. Ja, Moment, wo haben wir es dann jetzt? Ah, Vorschlag kam, Moment, da muss ich jetzt nochmal gucken. Simplay, ja, genau. So, du gabst wohl nur offizielles Musikvideo, allerdings habe ich das nicht gefunden. Ich habe jetzt ein Lyric Video, habe ich jetzt gefunden. Keine Ahnung, ob das Video aus YouTube verschwunden ist oder rausgenommen wird, ich weiß es nicht. Weil, ja, keine Ahnung, ich habe es nicht gefunden, aber das ist ja nicht schlimm, wir haben es uns trotzdem auch. So, das sind wir, dann leben wir los. Bin ich echt mal gespannt, das letzte Album Show hat es glaube ich, Käse oder so, hat es ausgesprochen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. 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 Zum Geschmack, oder? Ist das ja gut gefallen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie gesagt, das letzte Album hat mir schon so gut gefallen. Aber ich weiß jetzt nicht, da hat gestanden, dass das zum neuen Album, also ob das schon erschienen ist, weiß ich nicht. Da muss ich gleich mal gucken jetzt nicht. Bin ja doch auch nicht immer so hundertprozentig informiert. Aber wie gesagt, solide, finde ich jetzt persönliche Bisse, habe ich ja schon gesagt, melodische, zu eine vorhergehende Sache. Aber gut, das ist meistens, wie es jeder wahrnimmt. Also ich finde das jetzt so, aber ich möchte mich jetzt auch nicht festlegen und sagen, das ist so. Nee, ich weiß es ja nicht genau. Ich kann ja nur immer das sagen, was ich raus sehe. Gut, wie gesagt, mir sehr gut gefallen. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Was ich halt bei denen immer so fett finde, sind die Breakdowns, die du, also, ja, beim letzten Album schon so gut gefallen, die sie darin gebastelt haben. Also, die knallen richtig drin und du, ja, bitte. Also, ja, mit einem Grund, warum mir die Bands auch sehr gut gefallen. Jetzt nicht nur wieder Breakdowns, generell ist sie auch verdammt gut. Aber naja, gut, dann haben wir es jetzt aber auch geschafft schon wieder und, ja, mittlerweile 123 Abonnenten. Also ich habe mich über 100 schon gefräht, aber 123, hm, habe ich nicht mitgerechnet. Vielen Dank für alle, die, ja, die mich bis hierhin begleitet haben, die noch dabei sind, die noch dazukommen. Äh, ja, macht mir nach wie vor noch sehr viel Spaß. Und, ja, ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr. Wenn nicht ist auch nicht schlimm, dann bleiben wir halt eine kleine, gemütliche Runde. Und, ja, aber vielen Dank, du, davor, für die Unterstützung auch. Ohne euch wäre ich so weit nicht kum. Und, ja, gut, dann mache ich jetzt aber Schluss, schon verbabbel ich mich wieder. Und ihr wisst, was dann passiert, da kommt wieder nur Müll raus, desto wieder mehr auf. Und, ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, sind wir uns zum nächsten Morgen und Hauenrennen.